Hallo Whisky-Freunde! Willkommen zu meinem nächsten Video von Blind Whisky und begleitet mich auf dem Weg, Whiskys auf meine persönliche Art und Weise kennenzulernen, nämlich blind verkostet. Und was habe ich hier? 42 verschiedene Whiskys versampelt in kleinen Fläschchen, die alle in so einer schwarzen Umwandlung sind, so dass ich nicht weiß, was für ein Whisky denn drin ist. Ja, und ich werde jetzt einfach einen Whisky raussuchen. Dazu starte ich mein Zufallsprogramm und werde gucken, was ich für einen nächsten Whisky mir nehmen werde. Und das ist der Whisky Nummer 11. Also hier, 11. So, 11. So, das ist 1, 7, 8, 9, 10, 11. Dann bin ich mal gespannt. 11. Oh Mann, der ist aber voll. Der ist bis zum Rand voll. Und dann wollen wir mal riechen. Schon direkt fruchtige Noten. Sehr fruchtig, kräftig. Holznoten. Sehr holzig. Alkohol brennt ein leicht ein bisschen an der Nase. Fässer sind, ja, er ist sehr fast lastig. Ja, eindeutig. Sehr fast lastig. Er kommt gut rein. Hatten angenehme, komplexe Noten von Frucht, von Man spürt auch das Holz. Man spürt, er hat eine gewisse Komplexität. Erinnert mich übrigens an den Glen Turner, ob er das ist. Könnte sein, muss aber nicht. Muss aber nicht. Also ich mag ihn. Hat er, wie ist denn der Abgang? Da muss ich nochmal kurz probieren. Er hat eine gewisse Schärfe. Die überlagert so ein bisschen. Hängt ein bisschen sehr stark jetzt gerade im Gaumen. Also weich gebrannt kann man das nicht bezeichnen. Nee. Hm. Ja, ist wieder mal so richtig schwierig. Ich habe wieder mal keine Ahnung, was das für ein Whisky ist. Also wenn es schon wieder der Glen Turner ist, dann fange ich langsam an zu schreien. Aber ich glaube nicht, dass er es ist. Aber er ist sehr ähnlich. Ich würde ihn auch ein bisschen höher bewerten. Sag ich jetzt mal, ich weiß nicht, welcher Whisky das ist. Keine Ahnung. Null. Ähm. Aber ich sag mal 22 Euro. Glen Turner ist 17 Euro. Halte ich für einen guten Preis. Die Schärfe zum Schluss. Das etwas sehr stark Fasslastige erinnert mich daran, dass man vielleicht ein bisschen ausgelutschte Fässer genommen hat. Ansonsten hat er einen fruchtigen Charakter. Erinnert mich wirklich sehr stark an Glen Turner. Aber ich würde jetzt sagen, wir mal 22 Euro für diesen Whisky ausgeben. Und jetzt machen wir mal die Auflösung. Auflösung. Ich glaube, den habe ich schon x-mal gehabt. Die 12. Die 12. Nein. Das ist der Mac Entire. 6,90 Euro. Schottland Blend. Ich bin. Die habe ich jetzt schon so häufig gehabt. Ich bin am Grübeln, ob ich einen Fehler gemacht habe. Ich musste direkt Verkostung machen. Das gibt es doch nicht. Klar, er brannte. Ja, das ist der gleiche. Was ist das? Ich bin... Ich bin... Also irgendwas muss heute mit mir los sein. Also... Boah, das gibt es gar nicht. Ich habe den... Eindeutig der gleiche. Ich habe mich nicht vertan. Nicht falsch umgefüllt. Falschen Whisky in falschen Flaschen oder sonst irgendwas. Was kann... Kann alles passieren. Kann alles passieren natürlich. Ja, diesmal erlebt er mich ein bisschen baff. Ich werde das Video trotzdem ins Netz stellen. Weil ich glaube, das beweist mal wieder, wie wenig man eigentlich seinen Gaumen und die Realität, was im Glas ist, in Flasche, wie gut das zusammenpasst, wie stark da die Schwanken sind. Es gibt Tage, da hätte ich das sofort erkannt. Und heute habe ich es hier nicht erkannt. Habe sogar etwas Positives in diesem Whisky gesehen. Habe den mit einem kleinen Turner verglichen. Habe zwar gemerkt, dass es jetzt nicht so ein teurer Whisky ist. Habe ihn aber trotzdem noch höher gesetzt. Weil ich gedacht habe, vielleicht ist er noch ein teurer Whisky. Ja, und schon ist mein... Völlig daneben, ne? Naja, okay, gut. Ja, was... Ich bin jetzt irgendwie platt. Also, ich sage nur... Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Oder einen Daumen runter, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Tschüß!